Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute, vage, bietet dir das Universum Möglichkeiten für Wachstum und Expansion, wahrscheinlich durch neue Gruppenzugehörigkeiten oder Begegnungen mit interessanten Menschen. Dein soziales Wesen und dein Charme werden dir die Türen zu aufregenden Ereignissen und Erfahrungen öffnen. Vielleicht erhältst du eine Einladung zu einer Party oder einem geselligen Beisammensein, das dir eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Außerdem könnte das Wiedersehen mit einem guten Freund aus der Vergangenheit zu beruflichen Chancen und Verbindungen führen. Nimm den Tag mit einer offenen und aufgeschlossenen Haltung an und heiße jeden Willkommen, den du triffst. Was deine Gesundheit angeht, ist es wichtig, auf deine Knochen zu achten. Wie fühlen sie sich an? Die Ernährung deines Skelettsystems ist wichtig für dein allgemeines Wohlbefinden. Kalzium ist ein wichtiger Nährstoff für die Knochengesundheit, also achte darauf, dass deine Ernährung kalziumreiche Lebensmittel enthält. Außerdem solltest du, wenn möglich, alternative Praktiken wie Tiefengewebsmassage und Chiropraktik in Betracht ziehen, da sie die Durchblutung anregen und die Gesundheit der Gelenke fördern können, indem sie sich auf die Nervenenden im Bindegewebe konzentrieren. Das Ausprobieren einer dieser Methoden kann dir helfen, dich mehr im Einklang mit deinen Knochen zu fühlen und dein körperliches Wohlbefinden zu steigern. Deine Ideen und deine Kreativität werden andere beeindrucken, besonders am Arbeitsplatz. Während viele an deine fantasievolle und fantasievolle Herangehensweise gewöhnt sind, kannst du sie heute überraschen, indem du deine bodenständige und vernünftige Seite zeigst. Wenn du deine praktische Seite und deine Problemlösungsfähigkeiten unter Beweis stellst, wirst du von Kollegen und Vorgesetzten gelobt und anerkannt. Nutze die Gelegenheit, eine andere Facette von dir zu zeigen, denn das kann dich beruflich weiterbringen. In deinem gesellschaftlichen Leben sind Freunde und Partner weiterhin sehr gesellig und du wirst mit Anfragen für verschiedene Arten von Verabredungen und Ausflügen überhäuft. Die Aufmerksamkeit, die du von anderen erhältst, kann schmeichelhaft sein, aber es ist wichtig, dass du mit dieser Situation vorsichtig und sensibel umgehst. Vermeide es, zwei Menschen gegeneinander auszuspielen oder Verpflichtungen einzugehen, die du nicht erfüllen kannst. Auch wenn du zweifelsohne eine begehrte Person bist, ist es wichtig, dass du ein Gleichgewicht bewahrst und dich nicht überforderst. Wenn du dir deine Optionen offen hältst, kannst du soziale Interaktionen genießen, ohne dich selbst zu überwältigen. Da Venus und Neptun rückläufig sind und sich heute eine kleine Frustration teilen, könntest du in der ersten Tageshälfte eine kreative oder expressive Flaute erleben. Während du dich vielleicht dazu berufen fühlst, deine Gedanken mitzuteilen, erhältst du nicht immer die Bestätigung oder Antwort, die du dir wünschst. Nimm dir in dieser Zeit eine kurze Auszeit, um dich wieder aufzuladen und deine Strategien zur Selbstdarstellung zu überdenken. Gegen Ende des Tages könntest du dich damit trösten, allein zu Hause zu sein und dir Raum für Selbstreflexion und Einsamkeit zu gönnen, anstatt dich mit anderen zu beschäftigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag, vage, dir die Möglichkeit bietet, durch neue Verbindungen und Kontakte zu wachsen und zu expandieren. Lasse dich auf soziale Begegnungen ein und bleibe offen für neue Erfahrungen. Achte auf die Gesundheit deiner Knochen und erforsche Methoden, um dein Skelettsystem zu nähren und zu pflegen. Im Berufsleben kannst du andere überraschen, indem du deine praktische und geerdete Seite zeigst und Anerkennung für deine Ideen und deine Kreativität erhältst. In sozialen Situationen solltest du mit Aufmerksamkeit und Einladungen vorsichtig umgehen, dich nicht zu sehr verpflichten und deinen Wünschen und Grenzen treu bleiben. Schließlich solltest du alle kreativen oder expressiven Herausforderungen mit Geduld meistern und dir bei Bedarf Zeit für Selbstreflexion nehmen. Nimm den Tag mit Ausgeglichenheit, Offenheit und Selbsterkenntnis in Angriff, denn du weißt, dass jede Begegnung eigene Chancen für Wachstum und Erfüllung mit sich bringt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die 5 der Kelche steht für Verlust, Enttäuschung und Kummer. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht Gefühle der Traurigkeit oder des Bedauerns über vergangene Ereignisse oder verpasste Gelegenheiten verspürst. Sie steht für eine Zeit des emotionalen Aufruhrs und für das Bedürfnis, schmerzhafte Erfahrungen zu verarbeiten und zu heilen. Die 5 der Kelche ermutigt dich, deine Gefühle anzuerkennen und dir zu erlauben, zu trauern, wenn es nötig ist. Sie erinnert dich daran, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein und dass Heilung durch das Akzeptieren und Ehren deiner Gefühle möglich ist. Neben der 5 der Kelche haben wir die 8 der Schwerter. Diese Karte steht dafür, dass du dich gefangen, eingeschränkt oder in einer schwierigen Situation feststeckst. Sie steht für eine Zeit, in der du dir selbst Beschränkungen auferlegt hast und in der es dir an Klarheit und Orientierung mangelt. Die 8 der Schwerter lädt dich dazu ein, alle einschränkenden Glaubenssätze oder negativen Denkmuster zu überprüfen, die dich vielleicht zurückhalten. Sie erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dich von mentalen Zwängen zu befreien und die Situation aus einer neuen Perspektive zu sehen. Die 5 der Kelche und die 8 der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus emotionalem Aufruhr und dem Gefühl, festgefahren oder eingeschränkt zu sein. Die 5 der Kelche betont die Notwendigkeit, vergangene Verluste zu verarbeiten und zu heilen, während die 8 der Schwerter betont, wie wichtig es ist, sich von selbst auferlegten Beschränkungen zu befreien. Nimm heute die Energie der 5 der Kelche an, indem du deine Gefühle anerkennst und dir erlaubst, zu trauern, wenn es nötig ist. Sei mitfühlend mit dir selbst, wenn du mit Gefühlen von Traurigkeit oder Enttäuschung umgehst. Verkörpere gleichzeitig die Energie der 8 der Schwerter, indem du alle einschränkenden Glaubenssätze oder negativen Gedankenmuster untersuchst, die dich gefangen halten oder feststecken lassen. Suche nach Klarheit und einer neuen Perspektive, um dich von selbst auferlegten Beschränkungen zu befreien. Diese Deutung steht für einen Tag der emotionalen Verarbeitung, der Selbstreflexion und der Möglichkeit, sich von einschränkenden Überzeugungen zu befreien. Mach dir die Energie der 5 der Kelche zu eigen, indem du deine Emotionen ehrst und dir selbst Raum zur Heilung gibst. Nutze die transformativen Qualitäten der 8 der Schwerter, wenn du mentale Beschränkungen untersuchst und neue Perspektiven suchst. Sei sanft zu dir selbst, wenn du mit herausfordernden Emotionen umgehst, und sei offen dafür, einschränkende Glaubenssätze loszulassen, um einen Weg zu mehr Klarheit und Freiheit zu finden. Indem du die Qualitäten der 5 der Kelche und der 8 der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der emotionalen Heilung, Selbsterkenntnis und dem Potenzial, dich von Begrenzungen zu lösen, um eine stärkere und befreitere Perspektive zu finden, durchlaufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020